Die Landschaften des nördlichen Schleswig-Holstein, sanfter Hügel und schroffe Steilküsten, vier verschiedene Landschaftsformen in einem schmalen Streifen zwischen Nord- und Ostsee, erschaffen durch die Kalt- und Warmzeiten, Eiszeit, ihre Entstehung und ihr Ablauf. Christian Matthias Hansen nimmt Sie in dieser Dokumentation mit auf eine Reise weit, weit zurück in der Zeit. Über 400.000 Jahre prägten Eis, Wasser und Sedimente das, was später einmal Schleswig-Holstein werden wird. Erfahren Sie, was Kaltzeiten auslöste, wie die mächtigen Gletscher entstanden und lernen Sie die wichtigsten Kaltzeiten kennen. Was lenkte die Gletscher? Wie entstanden die verschiedenen Landschaftsformen Schleswig-Holsteins und welche Rolle spielten die gewaltigen Salzlagerstätten im Untergrund? Wir leben heute in einer Warmzeit, doch eines Tages wird das Eis zurückkehren, um diese Landschaft erneut umzugestalten. Kommen Sie mit uns zurück in eine Welt, in der das Eis eine ganze Landschaft erschaffen hat, die Geburtsstunde des nördlichen Schleswig-Holstein. Erfahren Sie im ersten Teil dieser Dokumentation alles Wissenswerte über das, was die Galogen über das Eiszeitalter herausgefunden haben.